Du dreht es in den Klöten und wir simsen! Ach stopp, du hast mir grad voll in den Oberschenkeln gedreht! Sind wir noch auf? Ja klar! Und Clown, wie fühlt es sich ein in die Eier zu kriegen? Im besonders dem ganz gut! Und die Mädels haben natürlich nur zugeguckt und gesetzt! Er hat es fertig! Was? Na ja! Du warst zu spät gekommen! Gar! Ähm! Super! Ähm! Ähm! Klaut! 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 Klaut!